in richtung des neuen safehauses was wir haben wollen so denn das brauchen wir auch noch so fähigkeiten nebenbei talente haben wir neue zwar hier die beiden und die beiden leider habe ich noch keine level 15 erreicht dass ich nicht schon die nächsten talent platz ich finde der wir 15 ist aber auch ein bisschen hart hart aggro scheiße sag ich jetzt mal so ein bisschen arg scheiße dass das wirklich ganze 15 level brauchen gerade mal den zweiten slot hier zu veröffentlichen sei aufzumachen sie sind eine gute seele und sie gibt mir ein parker lasse ich liegen kann sich jemand anderes schnappen kein bock was ist so sagt nach oben drauf ich doch nicht ich mach das doch nicht alles glück der welt da draußen euch hier vorne auch vielen dank d d d d d d d so das war fangt den erst mal die rahmen kann man damit nicht verscheuchen ist schon mal gut zu wissen trotzdem das haus haben einfach laufen 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 ja so kommen haben wir nämlich das nächste safe aus hier auch fertig in deiner ist richtig aus deiner meine nette basis soll ich jetzt mal ach so hier unten laut aufzeichnungen ist dieser bereich sicher so miet locker ein neues sefors ich hoffe wir werden gut zusammenarbeiten ich schicke ihnen alle informationen die ich über dieses gebiet erhalte aber ein rat seien sie in diesem bezirk besonders vorsichtig zum einen ist es schmutzig und zum anderen ist es die hölle für allergiker das meine ich mit jeder gruppe von menschen da sind allergiker und 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 schule und lässt man sich das finde ich dass sie wirklich auch niemanden so gesehen da aus grenzen in der hinsicht so dann holen wir uns hier mal die ganzen daten wie deine wasserversorgung kampfentdeckung und strafensperre so habe ich irgendwas also okay was ist das näherste da hinten bin ich sogar mal gestorben da ist ein vermisster agent würde ich sagen gehen wir erst mal den vermissten agent da holen wahlung verlassen des sicheren bereichs verlassen des sicheren bereichs ist mir klar dass ich den bereich verlasse so wenigstens schön dass hier wenigstens mal was finde so ganz vorsichtig so grün oder du bist grün okay hallo und hier welche richtung ist da in der richtung hierüber dann hier lang irgendwo hier hinten höchste jtf priorität cleaners halten zivilisten im revier 26 gefangen alle verfügbaren einheiten ausrücken sofort kommst du raus lena schmeiße ich halt eine granate hin ach tschüss ein tschüss der bereich sicher eben nicht so Bereich sicher Bereich ist gesaved, dann kann ich nebenbei mal kurz gucken, welche Richtung er mir das anzeigt Straße aufwärts, ok, dann kann ich da gleich mal gucken gehen Klamotten will ich nicht aufheben Die Maske nehme ich trotzdem mit, weil das ist keine Klamotte, sondern das ist Dings Das ist, äh, oh, da vorne ist schon der andere Klopf, klopf Äh, irgendwo hier müssen die Schlüssel sein Ich würde sagen, wir öffnen mal und holen uns hier die Schlüssel Hey! So Irgendwas, was ich hier auffange Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Ratgeber wieder Und, bitte sehr Das dann schön mal auffüllen Das wäre schnell ungemütlich geworden Danke Irgendwas, irgendwas hier drin Ich muss so schnell wie möglich hier weg Das ist vor allen Dingen New York City Police Department Ich weiß nicht, ich fahr noch nie in New York, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich so in der Hinsicht realitätsnah gebaut wurde, sag ich jetzt mal so So, hier ist der nächste für Mr. Agent Punkt Da und da Da und da Dann schätze ich mal hier unten rein Ich vermute hier noch Leute Ich analysiere mal kurz die Gegend Ich analysiere mal kurz die Gegend Eine Bedrohung Eine Falle ist da oben Deswegen Hä? So Agentenspur entdeckt So Und Sie geht Nach da Okay Dann gehen wir auch nach da Da ist sie Die Agenten Äh, den vermissten Agenten Die Witz an der Sache ist, wir finden ja in der Hinsicht keine Agenten Wir finden ein paar Sachen, aber keine Agenten Das ist ja der Witz an der Sache So, Waffenteile Oh Neues Holz da Noch mehr Waffenteile Oh, blaue Waffenteile vor allen Dingen Das ist nett Die blauen Sachen sind halt ein bisschen seltener als die Normalen grünen Geschichten So, hier haben wir noch was Da sind wir voll mit Ich weiß gar nicht Haben wir irgendwie Möglichkeiten überhaupt Brandgeschosse oder so zu nutzen So, rein theoretisch Müsste man mal gucken So Agent, wir haben Probleme mit der Antenne Ich lade die Daten hoch Na lecker Na lecker Na lecker Wow Greener Hopp Gleich mal Entschuldigung Ich wollte keine Zivilisten hier angreifen Oh, hab ich gut getroffen Da hab ich ja aber extrem gut getroffen Oh, von der anderen Richtung kommen auch noch Schüsse Schüsse So Sie haben Alex Hey Hier kommt Alex Ich weiß Das ist ein Lied Gema Boah Meckert jetzt wieder Da So Da 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 wir gehen jetzt erst mal weiter erst mal geht es weiter zu diesem ein eco ein jaco dann starten wir mal das eine jaco das ist ein evakuierungsbefehl sie bleiben auf eigenes risiko wir reißen uns den arsch auf und ihr haut einfach ab sie müssen gehen nehmen sie die hände weg ein evakuierungsbefehl so erst mal den daraus jetzt muss ich schauen wie ich da jetzt jetzt wo ich das eco schon jetzt wo ich das eco schon gefunden habe sagt er mir wir haben eco in der nähe kina da mag ein paar kino alle einheiten die cleaners treiben sich in der 23 meiden sie den bereich also komplett meiden rips ok dann meide ich versuche den bereich neuerdings zu meiden dachte ich ich mache die schnell mal platt signal ist aber die straßensperre egal muss ich ja auch machen also muss ich ja in der hinsicht auch irgendwann mal machen machen werde das ok da komme ich so sagen da komme ich nicht hoch konsole benutzen jtf verstärkung anfordert warnung feindkraft näher an sich ja das war hier überhaupt so vielen dank war nett so war nur feindkraft näher an sich irgendwo genau da kommen wir Ich krieg die nicht, wenn die sie verschnacken. Bleiben, Kranate. Das tut nur kurz fest. Guck, guck. Zack, schnell mal scannen. Keine Bedrohung. Eieieiei. Kommen ja noch mehr da drüben. Alter. Drecks. Sau. Gott. So. Viel Spaß. Gott. Warnung. Feindkraft in Ehren sich. Gott. Äh. Und wo? Magis. Von wo? Von da hinten. So. Da ist... Scheiße. Da hinten ist noch einer, der ein Geschütz aufbaut. Schnell nach unten. Wenn gut geht. Give of you two, there is no name team. Und das ist noch Verlohung. Need für mein Moon. Yeah. I would love to do today. We turn this off in. Underbodys.